servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film im heutigen video geht es um drei themen die mich in den letzten tagen beschäftigt und interessiert haben und ich habe mir gedacht vielleicht interessiert es euch ja auch und wir wollen gemeinsam darüber ein bisschen diskutieren beginnen wir einfach mit der ersten neuigkeit und zwar startet amazon jetzt einen neuen kostenlosen streaming dienst allerdings nur aktuell noch in den usa zusammen mit internationaler movie database imdb die plattform gehört ja amazon und dort hat man aktuell ein paar ältere filme und ältere serien gratis anzusehen ganz ohne abo pflicht also das ist richtig cool was weniger cool ist ist dass das ganze natürlich durch werbeblöcke unterbrochen wird denn irgendwie muss sich diese seite ja finanzieren und da habe ich mir gedacht mensch vielleicht interessiert euch das ja auch erreichen könnt ihr diese plattform über alexa auch über den sprachdienst könnt ihr ansprechen und natürlich über dem web browser oder das tablet das ganze heißt free dive und da würde mich eben jetzt eure meinung mal interessieren macht das überhaupt sinn einen kostenlosen streaming dienst hier anzubieten mit werbeunterbrechungen oder nicht würdet ihr euch das angucken ja oder nein schreibt es mir bitte unten in die kommentare dann kommen wir zur zweiten neuigkeit und zwar hat birnenblatt ein paar richtig schöne hartboxen angekündigt und zwar erstens von severance und zweitens von die flucht aus new york die klapperschlange sozusagen bei severance oder severance gibt es nur ein cover motiv ein schönes retro cover motiv gezeichnet limitiert auf 99 exemplare erscheinen wird das ganze am 14 april und da könnt ihr euch ja von euren liebsten zum valentinstag was schenken lassen oder ihr entscheidet euch für eine der drei cover varianten bei den hartboxen zu die klapperschlange limitiert sind diese auf 166 exemplare und da gibt es richtig schöne motive sowie auch ein kleines booklet was eben dem media book booklet entsprechen wird nur im klein format ja interessiert euch das ganze oder denkt ihr mensch das ist doch einfach zu viel jetzt haben wir schon steelbook gehabt jetzt haben wir ein media book gehabt jetzt kommt noch eine hartbox raus wo soll das ganze noch hinführen am besten noch eine vhs vhs edition das würde mich freuen also ich bin schwer am überlegen eure meinung könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben so und damit sind wir dann auch schon beim letzten thema was mich interessiert hat nämlich dwayne the rock johnson hat ein cooles bild auf instagram gepostet von seinem aktuellen streifen den er momentan dreht und die rede ist natürlich von hobbs and shaw mit jason statham und idris elba also das wird ein richtig cooler männerstreifen ein testosteron streifen und ich glaube so ein richtig geiler action kracher im sommer der erscheint ja im august am ersten august in deutschland in den deutschen kinos und darauf freue ich mich natürlich besonders eure meinung dazu schreibt es mir in die kommentare haltet ihr das bin auch von fast and the furious für unnötig oder freut ihr euch ebenfalls drauf das war es von meiner seite aus ich bedanke mich fürs zu sehen bis zum nächsten mal und servus